Jack, jetzt habe ich doch nicht so Angst. Oh Gott, ich mache doch nichts. Vorher bist du so fröhlich auf mich zukommen, nur wegen der Scheisskamera, jetzt hast du Angst. Hä? Komm jetzt. Hä? Vorher war alles gut. Nur wegen der Kamera. Eben. Genau. Schon ein bisschen besser. Und wie kann ich von dir ein Foto machen, von deinen schönen Augen, wenn du so zusammen zuckst? Hä? Wie soll ich das machen? Können wir das mal erklären? Hm.